Unser leckeres Grammatikthema heute, Hauptsätze und Gliedsätze. Was ist das? Wie können wir sie unterscheiden? Und warum gehört genau das zu den wirklich wichtigsten Kapiteln der deutschen Grammatik? Ich esse. Ist das ein Satz? So kurz? Ja, ist es. Das hat alles, was ein Satz haben muss. Ein Subjekt, ich, ein Prädikat, esse und Punkt. Wobei esse hat sich ganz auf das ich eingestellt. Das heißt in der Person und in der Zahl. Ich ist ja erste Person Singular. Deswegen heißt das ja auch ich esse und nicht wir essen oder ich essen. Und wenn sich ein Teil des Prädikates auf das Subjekt einstellt, nennt man das die Personalform des Prädikates. Das solltest du dir auch merken. Nun, wenn dir dieser Satz zu kurz ist, dann lass ihn uns verlängern, also einige Satzglieder einfügen und sehen wir mal, was mit dem Prädikat passiert. Zum Beispiel, ich esse gerne Popcorn während eines spannenden Films im Kino. Und nun schau auf das Prädikat. Besser gesagt, auf die Personalform des Prädikates esse. Richtig, steht immer noch da, wo es vorher war, nämlich an zweiter Stelle. Und jetzt kannst du dir das gleich merken. Prädikat an zweiter Stelle im Aussagesatz, das ist ein Hauptsatz. Manchmal findest du die Regel auch so formuliert. Im Hauptsatz steht die Personalform des Prädikates nicht an letzter Stelle. Das liegt daran, dass zum Beispiel auch ein Fragesatz ein Hauptsatz ist und hier steht die Personalform des Prädikates an erster Stelle. Also kannst du mir helfen. Was passiert aber, wenn das Verb, Prädikat, mehrteilig ist, wie bei ich habe Eis gegessen? Nun gut, kein Problem. Orientiere dich immer an der Personalform des Verbes, also dem Teil des Verbes, der sich an das Subjekt in Person und Zahl angepasst hat. Also an das Habe. Habe steht noch immer an der zweiten Stelle in diesem Aussagesatz. Also es bleibt ein Hauptsatz. Jetzt schauen wir uns im Gegensatz zum Hauptsatz einmal einen Gliedsatz an. Ich esse gerne Eis. Das ist noch immer unser altbekannter und bewährter Hauptsatz. Komma, weil es mir schmeckt. Da ist er jetzt, der Gliedsatz. Und, Überraschung, schau auf die Personalform des Verbes. Also das schmeckt. Und das steht an letzter Stelle. Und das ist wirklich das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zwischen Hauptsatz und Gliedsatz. Im Hauptsatz steht die Personalform des Prädikates meistens an zweiter Stelle, im Fragesatz auch an erster Stelle, aber niemals an letzter Stelle. Wenn die Personalform des Prädikates an letzter Stelle steht, ist es immer ein Gliedsatz. Merk dir das. Bitte. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist das. Ich esse gerne Eis. Das kannst du deinem besten Freund erzählen und der weiß gleich, was du damit meinst. Aber sag mal zu jemandem, weil es mir schmeckt. Du wirst Fragezeichen ernten. Also Unterscheidungsmerkmal 2, der Hauptsatz, kann vom Sinn her alleine stehen. Jeder wird ihn verstehen, der Gliedsatz nicht. Ich esse gerne Eis, versteht jeder, aber rufe jemand an und sage ihm nur, weil es mir schmeckt, der wird sich überhaupt nicht auskennen. Und merke dir bitte gleich eines dazu. Und deswegen ist dieser Teil der Grammatik so wichtig. Zwischen Hauptsatz und Gliedsatz steht ein Komma. Das ist einer der häufigsten Komma-Fehler bis zur Matura. Merk es dir gleich. Zwischen Hauptsatz und Gliedsatz immer Komma. Jetzt schauen wir uns an, wo kann denn dieser Gliedsatz stehen? Ist der immer hinter dem Hauptsatz? Nein. Der kann auch vor dem Hauptsatz stehen. Weil ich hungrig bin, Komma, kaufe ich mir eine Pizza. Der kann auch mittendrin stehen. Das Haus, das mein Vater gebaut hat, ist groß. Und es gibt natürlich auch ganz verschiedene Arten von Gliedsätzen. Das besprechen wir aber ein andermal. Aber welche Arten von Hauptsätzen es gibt, das verrate ich dir jetzt noch. Das hat etwas mit der Konjunktion zu tun. Erinnere dich. Konjunktion ist eine Wortart. Heißt Bindewort. Verbindet Wörter, aber auch Sätze. Und wenn wir so mehrere Hauptsätze miteinander verbinden, nennt man das eine Hauptsatzreihe, abgekürzt HSR. Und je nach der Konjunktion, dem Bindewort, können diese Hauptsätze, die in einer Hauptsatzreihe miteinander verbunden sind, ganz verschiedene Beziehungen zueinander haben. Zum Beispiel kann diese Beziehung anreihend sein. Man nennt das auch kopulativ. Anreihend oder kopulativ ist ein Satz wie Der Mann aß Eis und ertrank einen Kaffee. Und typische Konjunktionen für anreihende Beziehungen zwischen den Hauptsätzen sind und weder noch auch außerdem sogar selbst nicht nur, sondern auch teils, teils, einerseits, andererseits, sowohl als auch und schließlich. Wenn du eine Konjunktion zwischen Hauptsätzen siehst, die so aussieht, aber, allein, jedoch, doch, dennoch, dagegen, nur, sondern, wie zum Beispiel in er aß ein Eis, aber es schmeckt ihm nicht, dann ist die Beziehung zwischen diesen Hauptsätzen entgegenstellend oder adversativ. Dann kann eine Beziehung zwischen Hauptsätzen ausschließlich sein, disjunktiv. Folgende Konjunktionen wären hier typisch. Oder, entweder, oder, sonst, andernfalls. Der Mann aß ein Eis oder ertrank einen Kaffee. Du merkst schon, der Sinn der beiden Hauptsätze ist wirklich ausschließlich. Also der Mann hat entweder jetzt ein Eis gegessen oder einen Kaffee getrunken. Nicht wie im ersten Satz. Und also ein Eis gegessen und einen Kaffee getrunken. Und dann gibt es noch eine vierte Beziehung zwischen Hauptsätzen. Und zwar, da liefert ein Hauptsatz die Begründung für den anderen. Das ist aber wirklich einfach. Er aß ein Eis, denn Kaffee gab es nicht. Hier erklärt der Kaffee gab es nicht Hauptsatz den anderen, denn er aß ein Eis Hauptsatz. Also die Begründung dafür, dass er Eis aß, war Kaffee gab es nicht. Und das nennen wir dann begründend oder eine kausale Beziehung. Uff, geschafft, was du dir aus diesem Video merken solltest. Hauptsatz und Gliedsatz unterscheiden sich so. Der Hauptsatz kann alleine stehen, der Gliedsatz nicht. Im Hauptsatz steht die Personalform des Verbes an zweiter Stelle, beim Gliedsatz an letzter Stelle. Wenn mehrere Hauptsätze mit Komma oder Konjunktion verbunden in einem Text auftreten, ist das eine Hauptsatzreihe. HSR. Die Verbindung zwischen diesen Hauptsätzen kann jetzt anreihen, entgegenstellend, ausschließlich oder begründend sein. Und das darfst du dir auch noch gleich mitmerken. Eine Verbindung zwischen Hauptsatz und einem oder auch mehreren Gliedsätzen nennt man Satzgefüge. S, G. Ja, das war eine richtig große Portion heute, aber eine ganz wichtige. Schau dir das Video vielleicht mehrmals an, schreib dir Dinge auf. Das ist wirklich ein wichtiges Kapitel. Ich wünsche dir trotzdem viel Spaß beim Üben.